Wenn es nach einigen CDU-Politikern in Berlin geht, soll die Wehrpflicht sieben Jahre nach ihrer Abschaffung in Deutschland wieder eingeführt werden. Bären, sind es Wandel nach sieben Jahren? Erste CDU-Politikern fordern die Wiedereinführung der unbelebten Wehrpflicht oder aber eine allgemeine Dienstpflicht. Die Wehrpflicht war im Sommer 2011 abgeschafft worden.c.d.u. Politiker Patrick Sainsburg, 47, fordert, wenn Wehrpflicht, dann auch für Frauen. Wir brauchen die Wehrpflicht, und sie soll für Männer und Frauen gelten, sagte der Bundestagsabgeordnete Patrick Sainsburg, 47, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ. Es solle ein Verpflichte in dies Jahr eines Dienstes geben, und wer nicht zur Bundeswehr geht, kann es anderswo ableisten, ergänzte Sainsburg, der auch Oberstleutnant der Reserve ist. Angesichts einer unsicheren Weltlage sei die Wehrpflicht für die ureigene Aufgabe einer Armee, die Verteidigung des eigenen Landes unabdingbar. Die Wehrpflicht war zum 1. Juli 2011 unter Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, 46, CSU, abgeschafft worden. Seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee. Sie steht nun in Konkurrenz mit der Wirtschaft, um junge Leute zu gewinnen. Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, 55, soll die allgemeine Dienstpflicht wichtig sein. Bildmontage, dem Bericht zufolge spielt die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht auch für CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, 55, eine wichtige Rolle bei ihren Planungen für das neue Grundsatzprogramm der Partei. Sie wolle das Thema beim Bundesparteitag im Herbst als eine der Leitfragen im Programmprozess beschließen lassen. Offen lasse Kramp-Karrenbauer, ob sie einen verpflichtenden Dienst anstrebte oder einen freiwilligen Dienst, der Anreize für Absolventen etwa im Studium bietet. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Oswin Veith, 57, der auch Vorsitzender des Reservistenverbandes der Bundeswehr ist, machte sich ebenfalls für eine allgemeine Dienstpflicht stark. Sie soll zwölf Monate dauern und für junge Männer und Frauen über 18 Jahren gelten, sagte er der FAZ. Die Wahlmöglichkeiten für den Dienst sollten von der Bundeswehr über das Technische Hilfswerk bis zu Diensten in der Gesundheitsversorgung und der Pflege gelten und ordentlich besoldet werden. Und auch GroKo-Partner-SPD scheint einem Bundeswehr-Comeback nicht abgeneigt. Wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, ob wir auf dem heutigen Weg, die Bundeswehr möglichst attraktiv zu machen, tatsächlich die Personalzahlen erreichen, die wir für die Landes- und Bündnisverteidigung brauchen, erklärte Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu, 49, der FAZ. Um die Personalnot in der Truppe zu bekämpfen wurde zuletzt auch der Vorschlag laut, EU-Auländer in der Bundeswehr aufzunehmen und ihnen dafür den deutschen Pass zu geben, Tag 24 berichtete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017